Mehr Bauland! Können Marktplatz bauen. Brauchstehen? Kann sein, wenn wir fast lieber. Wir bauen für Geld, die Milizienäre. Und hier dann das Schloss bauen. Das klingt nach einem Plan. Banditen. Schatzkiste. Jetzt nochmal Kram. Hier bitte ein Schuss. Dankeschön. Das wäre eine Abkürzung hier unten durch. Da oben wäre eine Goldmine. Die sollten wir uns vielleicht auch holen. Hallöchen. Unbewachtes himmlisches Herz. Das ist ja super. Oh, nett. Ein paar Boni bekommen. Was ist das denn? Gewaltig. Skelettkonstrukte. Okay. Nett. Ein Schloss wurde fertiggestellt. Da gibt es den schönen Ritter. Ach, da brauchen wir den Steinbruch. noch extra. Hm. Kassiat. Kassiat. Ein Blondermott. Das sind die Blondermott. Sechster Pyramar, ein paar schöne Bogenschürzen, Schilder Ordnung haben wir, ja ok. Ganz schön viel von diesen himmlischen Erzen. Gold, sehr schön. Oh, was ziehe ich denn da? Eine große Siedlung, Eichford. Ach, da mussten wir ja auch hin, siehste. Sieben Waldläufer, ah ja, komm, die nehmen wir mal mit. So, hier passt das. Ok, da muss man dann die gleich erobern und dann machen wir das. So, wer bist du außerhalb des Eichford schon an vertrauter Hülle Roderick von Loth, ein Mann dessen Ehrenkurs vor allem geachtet wurde. Roderick, sehr freut, eure Truppen haben schon einiges mitgemacht. Habt ihr den Tribut oder hat euch Baron Althus nun Ausreden mitgegeben? Es sind ein paar kleinere Schwierigkeiten geraten und ich habe keinen Tribut. Doch Baron Althus von Loth entsandte mir stattdessen die Siedlung Eichford und alle Einnahmen des ganzen Jahres als Entschädigung zu offerieren. Einen Abend dürften es kaum geben, wenn die Bedrohung durch die Ferien nicht angegangen wird, sagten die Baron, dass ich die Streitiger von Loth bemüde, um diese Bedrohung fertig zu werden. Ich habe genug eigene Probleme, um die ich mich kümmern muss. Die Baron von Loth steht derzeit bereit die Interessen ihrer Verbündeten zu verteidigen. Baron Aldus ist die Bedrohung durch die Fehlunterrichtung bereits mit meinem Herr in Anmarsch in Widerstand gegen den Friedlichen und Florian des Aarlen zu brechen. Aber Frieden und Wurschen sind zu Zeiten Kaiserin Aurelias auch. Ich sehe das herbei, aber zuerst wenn wir uns fehlkümmern, werdet ihr euch mir anschließen. Ich muss mich eilen und Baron durch Wälder zu geleiten, aber ich wehre meine Ehre, einen ansteigen Konflikt an eurer Seite zu stehen gebt wohl. Sie ist sehr tapfer herz. Gute Reise, Roderick. Möge eure Sens strömen. Okay. Sehr schön. Dann hauen wir diese Stadt. Das sind ja alle feindlichen Hühner. Okay. Wo finde ich die? Eine große Siedlung. Da können wir doch gleich mal ein bisschen was bauen. Schengel, Bengelsänger. Wir können hier einen Sammelpunkt machen. Vielleicht. Wir haben zwei VE-Kniebebauung Gels von Loth vor Aurea und erkannte sie als Anführerin an, welche Aureon bedurfte, um ein Zeitalter des Friedens einzuleuten. Aurea bevorzugte Loth aufgrund seiner standhaften Loyalität mit uns über und ewig bestehen. Mhm. Das ist doch schön. Was ist das? Warte. Ich geht, ich geht. Keine Bewegung mehr. Okay. Ah. Komm doch mal her. Ne? Komm doch mal her. Oh, kein Geld mehr. Hm. 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 Komm doch mal her. Komm doch mal her. Und da bin ich in Ordnung. Maun Works ist mein Truppel her, meine Truppel her. Hier hätten wir schon ein paar Ritter. Ich kann mir leider nicht abquellen, das ist so richtig. Nee, das ist natürlich unpraktisch. Da fehlt ein dicker Bernstein da. Die Straße führte aus dem Buchwind und Baroni Loth zu, doch war es nicht eine Zeit, den Versalen von Taffer zu besuchen. Die westliche Provinz von Aschvorm bis Windstadt mussten zuerst wieder erlangt werden. Ja. Siehe ich auch so, ach sie ist zu Ende, ne? Okay. Ich muss auch eine Armbrust bekommen, das ist schön. Man könnte hier natürlich auch auf Fernkampf gehen, ne? Wäre auch eine Idee. Da fehlt es an Geld. Mal wieder. Das ist natürlich blöd. Bisschen knapp an die Idee hier. Ah. Ist das doof? Mh, hm, hm, hm. Lutzendrotten. Mh, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. kommt nicht weiter okay muss ich hier trotzdem wahrscheinlich alles erledigen ja gut irgendwie fehlt es mir hier an gold habe ich so das gefühl hier werden auch truppen generiert nach nie für die truppen für die garnison buchen ist verstummt oder es wurde kalt alle hüter konnten es spüren also es hat sich erhoben okay das klingt nicht gut würde ich mal behaupten habe ich so das gefühl und die falschen nein und 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 Die haben hier ein bisschen... Berteidigung für einen Kampf, Offensiv. Ich nehme dich mal mit. Ist mir lieber. Ich glaube schon. Sieben Verteidigung. Streitkolben. Sommelpunkt für Truppen. Schauen wir doch mal. Der ist voll. Da fehlt es an Geld. Da ist kein Platz mehr. Da haben wir noch nichts. Okay. Und du hast auch nicht besonders viel. Es fehlt an Geld. Eindeutig. Sehr einfach. Das klingt gut. Oh, da kommt was. Irgendwas ist hier. Genau. Könnte nach Ärger klingen. Ähm. Was ist das für ein Krönchen? Ah, okay. Wir sind sogar vor denen da. Kommt gar nicht so weit, ne? Kommt noch bis hier her ungefähr. Okay. Oh, die könnte ich direkt vernichten. Dann wäre die aber von allen anderen angegriffen. Das ist jetzt nicht so toll. 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 Ich versteck mir das erstmal. Du bl кам Umherz. Schalten wir da erstmal die aus. Dann wird weg. Oh tschüss, das war wirklich sehr einfach. Zwei Trump verloren, so ein Mist. Schimmergewebe, ich nehme nur das Gold. Talisman des Chaos. Und nochmal Dickgold. Keine Bewegung mehr, ja ja. Ist klar. Ach, das sind ja andere. Äh. Muss ich ihm abquillen. Okay. Das müsste ich auch mal ein Upgrade machen. Und du brauchst aber erstmal 1000 Gold. Müsste ich mit denen erstmal. War das jetzt? Wie heißen die Sapere? Ja genau. Müsste ich mit denen erstmal hier hoch zum Upgrade. Okay. Reicht nicht ganz. Stopp. Geld. Sehr nervig. Oh. Wer bist du denn? Äh. Äh. Okay. Betreuungsser gegen Sitzia. Okay. Das sieht nachher aus. Hm. Das ist ja ungünstig. Oh ja. Ich komme gerade recht. Hm. 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 herausfordernde das ist natürlich sehr praktisch. Kümmerst du dich mal um den da oben, würde ich sagen. Genau, dann machen wir den erstmal weg. So, wir sind alle vor dir dann, ok. Nur ein Schad, das ist aber nicht viel. Zwei bis drei, bis man kommt zum Start. Ist beide nachladen jetzt alles. Ich habe gute Gelegenheit, sich zu bewegen auf jeden Fall. Für die Einheit wird es gleich ein bisschen kritisch. Möchte ich den Zug beenden? Du bist acht, ist ja leider ein Stur. Oder gehe ich mehr auf Verteidigung? Gehe ich mehr auf Verteidigung. Ja gut. Ja gut. Achso, du lädst wieder nach. So was ist sehr nervig. Au. So. Wunderbar. Lade. Danke. Neue Stufe. Sehr gut. Bewegung. Ja, ne. Schalte ich vielleicht fünf Truppen. Machen wir mal. Für die Gemeinschaft. So. Die ist sehr schön. Geld. Geld. Wieder Ratten. So. So. Ein Tropfenschild. Neun Verteidigung. Gehen wir jetzt ein bisschen da rein. Sieben. So. Die Weitläufer stehen ja ein bisschen Wege, ne? Ja. Machen wir die weg. Sie fliehen. Cool. Das wusste ich euch, dass es geht. Gut zu wissen. So. 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 So.